Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum. Nach dem Auswärtsspiel gegen Bremen sieht es für uns schon wieder ein bisschen nichter aus, aber es geht direkt weiter. Wir müssen gegen Freiburg jetzt auf jeden Fall unser Heimspiel gewinnen. Das wäre so wichtig, zumal wir jetzt insgesamt mit dem Freiburg-Spiel drei Heimspiele hintereinander haben, bevor es dann noch zwei Auswärtsspiele gibt, aber das zeige ich euch, diese komische Konstellation gleich mal. Gehen wir mal rein, ich zeige euch erstmal die Ergebnisse, die nach unserem Bremen-Spiel, wir haben ja freitags gespielt, noch stattfanden, nämlich Köln besiegte Regensburg 2-0, Bielefeld, Leverkusen 0-4, Dortmund gegen Stuttgart 1-2, Mainz gegen Hoffenheim 0-1, Freiburg gegen Gladbach ebenfalls 0-1 und die Bayern gewannen gegen den HSV 3-0, was fast die Meisterschaft wäre, liegt dabei jetzt an den Teilen 2. Das zeige ich euch gleich, dass es noch nicht ganz so weit ist. Frankfurt gegen Leipzig noch 1-1 am Sonntag. Am Montag gab es noch das Spiel Wolfsburg gegen Hertha 1-1 und an diesem Freitag war das erste Spiel des jetzigen Spieltags, da gewinnt Wolfsburg in Stuttgart 2-0 und wir spielen wie gesagt Samstags gegen Freiburg. Wie gesagt, es sind noch insgesamt 15 Punkte zu holen, Leverkusen ist mit 59 Punkten zweiter, wenn die 15 Punkte holen würden, hätten die 74 und wären punktgleich. Also die Meisterschaft ist eingetütet, aber ganz offiziell braucht der FC Bayern München noch einen Punkt. Von daher, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ja, wie gesagt, was ich euch auch zeigen wollte, ist, dass wir, und dann schauen wir mal hier auf diesen Plan, wirklich jetzt Heimspiel gegen Freiburg, Heimspiel gegen Frankfurt, Heimspiel gegen Wolfsburg und dann auswärts gegen Bayern und Stuttgart. Das ist auch irgendwie ein bisschen seltsam, haben wir ja manchmal schon auch erlebt mit anderer Konstellation, dass man mehrere Heimspiele und dann mehrere Auswärtsspiele hat. Das gibt es eigentlich so nicht. Also keine Ahnung, wer das da einstellt oder was das da vielleicht doch für ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung. Also das, wenn es euch auch so geht, schreibt es mal. Also ich finde das ein bisschen seltsam, aber nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja, das ist das eine. Wenn ich, bevor ich dazu komme, was es in der Woche noch so gab, mal kurz auch die Ergebnisse aus der Woche, weil die Euroleague hat gespielt und ihr seht es daran leider schon, jetzt sind wir schon ein zu weit, die Frankfurter haben es nicht geschafft. Das irgendwie irritiert mich das. Wie ist das hier gemacht? So, das waren die Rückspiele. Genau, Frankfurt verliert zu Hause gegen Leeds. 1 zu 2 ist damit ausgeschieden. Newcastle gewinnt nach Verlängerung 5 zu 2 gegen Valencia, kommt damit ins Halbfinale. Genauso wie unser Gegner aus dem Achtelfinale gewinnt immer, äh, gewinnt auch 2 zu 0 bei den Glasgow Rangers und ist damit mit insgesamt 4 zu 0 im Halbfinale. Und Inter Mailand schafft es ebenfalls 2 zu 1 Sieg gegen Rapid Wien. Und das ist schon die Auslosung für dieses Halbfinale, nämlich Inter gegen Atalanta und Newcastle gegen Leeds. Komischerweise zwei, ja, Länderduelle. Wäre schöner gewesen, wenn sich das hier gemischt hätte. Aber damit ist auch klar, eine italienische Mannschaft und eine spanische Mannschaft, äh, englische Mannschaft kommen ins Finale. Mal gespannt, wer es ist. Wenn es nachher unser Gegner Atalanta Bergamo ist, dann müssen wir uns, glaube ich, überhaupt nicht mehr grämen. Gut, was gab es sonst noch in der Woche? Zum einen ist Dracosha in der 11. Woche gewählt worden. Freut uns wie gesagt immer. Die Gewinne der Bundesliga, da hatten nur der FC Bayern und der FC Köln Gewinne erzielt. Äh, die restlichen Mannschaften Minus. Wir liegen da auch bei 35 Millionen Minus. Äh, hat natürlich dann auch, ähm, mit unseren Einkäufen und so weiter zu tun. Aber insgesamt, äh, ist das alles in Ordnung? Wenn man sich die Werte hier anguckt, geht's ja noch viel, viel schlimmer. Wir haben uns noch, äh, mehrere Leute gescoutet. Genau, ihn hier nicht ganz für gut gefunden. Aber hier Karim Konaté finde ich gar nicht so verkehrt. Sein Vertrag läuft noch bis 28. Ja, wir werden ihn mal beobachten. Er ist eher so ein pressender Stürmer durch seine Aggressivität und, äh, Einsatzfreude. Das sieht man hier auch. Könnte vielleicht mal so ein Asano-Ersatz sein. Abschluss ist auch relativ gut, ja. Hat also in seiner Zeit, wir können da ja mal drauf gucken in der Chronik, auch bei Red Bull Salzburg jetzt zuletzt, aber Liefering. Er hat überall seine Tore auch gemacht. Hier in der Half-Main-Küste 16 Mal getroffen, 9 Mal getroffen. Ganz interessanter Mann habe ich mal auf die, äh, Beobachtungsliste gesetzt. Einfach mal schauen, äh, was wir da für Möglichkeiten haben. Ähm, was gab es sonst noch, was ich euch zu zeigen habe. Ja, unsere 19 hat endlich mal einen Punkt geholt. Immerhin, aber das gegen Dortmund, muss man auch dazu sagen. 2 zu 2 am Ende. Torschützen Müller und Aydogu. Ja, sind wir schon mal auf jeden Fall mit dem Punkt zufrieden und vielleicht reicht es ja da mindestens für Platz 8, dass wir uns den halten. Ist ja auch, wie viele sind die? 14, 28, 28, 29, 29. Zwei Spiele, ja genau, zwei Spiele sind es noch. Schauen wir mal. Ja, schauen tun wir auch uns den nächsten Gegner an, nämlich der SC Freiburg. Die spielen aktuell in einem Gegenpressing. 4, 4, 2. Ünal hier mit 3, 2. Waldschmidt 6, 1. Andersson 1, 3. Eggestein 2, 1. 3, 1. Grefow 1, 5. Ja, wie spielen sie insgesamt? Riskant häufigeres Pressing. Um was geht wenig Dribblings? Bälle regelmäßig verloren. Das heißt, man sollte sie schon ein bisschen auf den Füßen treten. Wenig Pässe, ungenaues Passspiel. Also da müssen wir hellwach sein. Wir haben Offensive trainiert. Sie stehen aktuell auf Platz 15, also kämpfen natürlich um den Klassenerhalt in dem Fall. Von daher für die natürlich auch jeder Punkt wichtig. Gehen wir rein ins Taktik-Meeting. 21.096 Zuschauer wollen uns hier unterstützen. Das freut uns natürlich. Ich habe bei der Aufstellung heute ehrlich gesagt noch gar nichts gemacht. Fällt mir gerade auf, aber ich denke auch, dass wir die Mannschaft so spielen lassen können, die gegen Bremen das ja recht gut gemacht hat. Da fiel mir auch keiner auf. Ich meine, die beiden Stürmer, wir haben schon länger thematisiert, aber ich glaube an die zwei. Und wir haben mit Dietz eine Möglichkeit. Was hier hat Dietz trainiert? 8,25. Natürlich besser als die beiden. Aber wir bleiben jetzt bei diesem Spiel nochmal dabei, ansonsten werden wir beim nächsten Spiel was drehen. So machen wir es. Stöger hat sehr, sehr gut gespielt. Bleibe ich ebenfalls bei. Und der Rest passt auch. Es sind eigentlich ganz gut in Form gerade. Deshalb machen wir das auch so. Da stellen wir mal eben kurz noch ein. Ja, das sollte reichen. Und unsere Taktik werden wir insofern wieder so hinstellen, wo wir sie hatten. Geordnet aus der Defensive. Wir spielen zu Hause. Wir wollen auch den Ball nach vorne bringen. Das Gegenpressing wieder rein und den Block auch auf mittlerem Block stellen. Ganz normal. Ich denke, das sollte so in Ordnung sein. Wir haben bisher sechs Spiele gegen Freiburg gemacht. Viermal haben wir gewonnen. Zweimal die Freiburger sind da also bei der besseren Bilanz. Das aber gespielt wird immer jetzt und hier. Und das ist eben das, worum es jetzt geht. Ja, so machen wir es. Auf ins Spiel, ins Heimspiel gegen den SC Freiburg. Tief im Westen, wo die Sonne verstaunt, ist es besser, wie besser, als man glaubt. Tief im Westen, tief im Westen, tief im Westen. So, jetzt noch die Frage, was wir hier sagen. Ich möchte das mal sagen, dass wir hier die Möglichkeit haben, Qualifikationsplatz zu haben und das geliefert wird. Das wäre mir sehr wichtig. Wir würden jetzt beiden Stürmern nochmal sagen, ich habe Vertrauen in euch. So, das kommt schon mal gut an, beim ganzen Team auch. Das ist sehr schön. Auf geht's, wir spielen in den blauen Trikots. Ein Spiel gegen Freiburg. Christian Streich, der Trainer. Benjamin Kortus, der Schiedsrichter. 69 gelbe, zwei rote in 25 Spielen. Das passiert jetzt hier nichts irgendwie nach ersten Viertelstunde. Ich werde direkt mal ermutigen, hier was zu tun. Aber nicht die Freiburger eigentlich. Ja, schön aufgepasst. Jetzt können wir mal kontern. Geht es uns sehr schön in den Raum auf Asano. Jetzt komm, mach es mal. Jawohl, da ist es. 1-0. 1-0. Und endlich trifft Asano. Hui. Gittins, traumhafter Pass. Traumhafter Pass von Gittins, der momentan so super in Form ist. Richtig genial und endlich trifft Asano. Wie froh bin ich da drüber. 1-0. Oh, Retsch, Bescheid, Osula. Oh, wenn der jetzt auch noch getroffen hätte, war aber dann im Abseits. Dann wäre die Welt wieder in Ordnung. Aber ich bin ja schon mal dankbar für den ersten Step, den wir hier sehen durften. Und jetzt dranbleiben. Stöger auch mit dem super Pass wieder diesmal auf Osula. Oh, der schiebt ihn vorbei. Schade. Maxim Leitsch spielt übrigens bei Freiburg gerade, sehe ich. Der hat auch schon gelb gesehen, genauso wie Andersson. Leitsch, ja ehemaliger Bochumer. Schön, schön. Heute kommt aber raus, schade. Sonst hätte Osula hier sicherlich eine gute Chance gehabt. Auch wenn er ein bisschen weit über Außen getragen war. Aber wir machen direkt weiter. Maturin, ja. Schön auf Asano, der versucht, es wird geblockt. Leitsch aber wieder in die Füße von Walde. Nur bringt das jetzt leider nichts mehr. Alles kurz vor der Pause. Die jetzt auch ist. 1-0 zur Pause, aber durchaus verdient, würde ich sagen. Erste Viertelstunde war so gar nichts los, aber dann wurde es sehr, sehr stark. Ich bin daher zufrieden. Ja, das kann man sagen. Zufrieden, nicht mega glücklich, aber zufrieden. Ich würde jetzt hier auch trotz alledem nichts ändern. Mal kurz auf den Gegner schauen. Das Einzige, was hier so ist. Der geordnete Spielaufbau aus der Defensive. Das tut uns eigentlich immer gut. Ich würde das gerne mal machen. Das sieht dann immer nicht schlecht aus, wenn wir das spielen. Auch wenn wir im Heimspiel mutig sein müssen. Aber wir führen 1-0. Deswegen würde ich das mal machen. Das ist jetzt auch unentschieden Stände. Würde ich sofort wieder rausnehmen, aber das hoffen wir jetzt mal nicht. Zweite Halbzeit. Freiburg hat Anstoß. Schön von Baturinha. Geklärt. Stöger. Langer Ball. Osula ist schneller. Sehr gut, sehr gut. Ui. Dann ist er eine Rücklage. Das sind die gefährlichen Dinge von Stöger. Die darf er natürlich auch gerne lang spielen. Gelb übrigens für Retschbeschei sehe ich gerade. Das müssen wir eben ändern. Ihr kennt es. Jetzt macht er einen Freistoß, der auch wieder in die Mauer geht. Schade. Ecke. Smolcic. Er versucht es mal mit rechts. Naja, warum auch nicht. Einen linken Fuß. Ist jetzt auch nicht der Goalgetter, aber... wäre noch eine Möglichkeit gewesen, über Außen zu spielen, aber alles okay. Das soll man durchaus mal probieren. Vier gelbe Karten bei den Freiburgern jetzt. Stöger wieder mit dem langen Ball auf Osula. Der war aber wohl im Abseits. Davon haut der ein nach dem anderen raus und die kommen immer gut an. Also ich bin da echt... Ich kann es ja gar nicht anders sagen, dass er es nicht machen soll. Das ist zum Beispiel jetzt gut rausgespielt. Dann versucht er es wieder. Na gut, der kommt mal nicht an. Osula läuft aber auch nicht durch davon ab. Wiederholen. Aber jetzt hat er in Röhl. Aufpassen. Schön auf Ünal. Aber auch gut geblockt von Ribero Ecke. Freiburg jetzt. Ja, plätschert so ein bisschen dahin. Nicht nur, dass es mit Strömen gießt. Wir würden jetzt mal den Wechsel machen. Osula hat sich ein bisschen mehr bemüht, aber Dietz bekommt jetzt die Chance und vielleicht auch von Beginn an im nächsten Spiel. Ich überlege jetzt gerade nur, ob ich dabei bleibe. Er kann ja auch den Stoßstürmer spielen. Ich würde das auch mal so lassen, weil Asano auf der Position gerade ganz vernünftig ist. Das ist die eine Geschichte. Gittens stark, ja. Batista Meier wäre auch eine Option auf der Seite. Nehmen wir den rot gefährdeten Retschbeschein mal raus und machen hier mit Schulz was? So habe ich das doch nicht eingestellt. Schulz wieder so, wie wir das kennen und auch gerne wollen. Was machen wir hier noch? Das passt schon. Ja, aus meiner Sicht schon. Auch da jetzt nochmal zurückzuziehen. Ja, gut. Wenigstens die Reihe könnte man ein bisschen zurückziehen. Das wäre nochmal eine Option. Macht den Unterschied aus. 20 Minuten noch. Irgendwann müssen wir natürlich mal reagieren, was jetzt auch gerade Osula betrifft. Vertrauen ist gut. Sehr gut von Schulz wieder geholt. Stöger. Da geht Gittens. Der letzte Ticken, der fehlt jetzt hier gerade zuletzt. Aber noch führen wir. Wir müssen aufpassen. Schulz, sehr gut aufgepasst. Sehr gut. Asano, wieder direkt der Konter. Schön gemacht. Schulz. Und dann macht er es. Philipp Stolz. 2-0. Ist ja nicht so, dass er häufig trifft. Aber ich muss ja sagen, er hat ja auch das Tor quasi mit eingeleitet. Hat ja hinten schon den Zweikampf gewonnen. Geht mit nach vorn und macht das 2-0. Joker-Tor. Sehr, sehr happy bin ich da gerade. So, 82. Minute. Ich würde jetzt auch noch mal wechseln. Abgesehen davon, dass Karlsforsay schon Freiburg auch was getan hat. Würden wir zum einen. Baturinha wird ein bisschen schwächer. Und Stöger ist ein bisschen kaputt. Für Stöger kommt Förster ins Spiel. Und für Smolchic-Raman, der ist ebenfalls kaputt. Und was hatte ich gerade gesagt? Baturinha, genau. Dafür bringen wir Batista Maier oder Dowell. Batista Maier braucht die Spielpraxis. Und ist auf der Seite eher Flügelspieler. Wobei auch vorgeschoben kann er auch spielen. Dann lassen wir das mal so. Okay. Okay. Gut. Ja, da fallen einem jetzt ein paar Steine vor den Schultern. Wir loben das Team mal für die gute Leistung bis hierhin. Warmann ist direkt verwarnt. Mit Gelb. 4 Minuten Nachspielzeit. Batista Maier mit dem Freistoß. Der wird geblockt. Ist da relativ alleine. Sehr schön. Schulze hat auch gelb gesehen. Aber er zeigt sich. Gute Zweikampfquote. Gelbe Karte. Tor. Sehr schön. Oh, Förster. Sehr gut aufgepasst. Ach, den wollte ich eigentlich noch umstellen. Aber... Und da ist Osano. 3-0. Voller gegeben. Könnte man durchaus mal durchlaufen lassen, finde ich. 3-0. Der Toyota hat dort auch nicht ganz gut ausgesehen, wie ihr gesehen habt. Äh, wie ihr es gesehen habt. Aber Osano... Oh, sorry. Sorry, Leute. Geht ihr das? Man kriegt es nicht aus, was man ausmachen wollt. Eigentlich hatte ich die Pausentaste gedrückt, aber anscheinend nicht. Sorry. Und dann wird man ganz nervös. Also, Osano hat das zweite Dorf heute gemacht. Hervorragend. Der ist wieder drin. Osula natürlich noch nicht so ganz. Da haben wir drüber gequatscht. Aber erstmal bin ich froh, dass er getroffen hat. Der Takuma Asano wieder sehr, sehr gut. 3-0 der Sieg. Auch verdient, finde ich. Auch in der Höhe sehr souverän gemacht. Stöger absolut stark hier, was das angeht. Also sieben entscheidende Pässe. Vier Großchancen eingeliefert. Gittens aber zwei Tore vorbereitet. Ist auch momentan richtig gut drauf. Weswegen es mir natürlich auch schwerfällt, Batista Meierler quasi zu bringen. Ist natürlich auch eine sehr schwierige Geschichte. Baturinha hat bis zu seiner Auswechslung bei Imkotzkuchen auch drei entscheidende Pässe gemacht. Sonst könnte natürlich Meier auch über rechts spielen. Also ist immer gut, mehrere Optionen zu haben. Bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Über Schulz haben wir auch gesprochen. Dietz hat das mit 6-8 auch vernünftig gemacht. Sehr, sehr gut. Gute Leistung, gut gemacht. Genau so sehen wir es. Wichtiger 3-0-Sieg hier gegen Freiburg. Gladbach gewinnt gegen Mainz mit 3-2. Hoffenheim verliert gegen Leipzig 0-2. Regensburg, Dortmund 1-2. Und Bremen gewinnt gegen Bielefeld 5-0. Wir rutschen damit erstmal wieder auf Platz 6. Aber auch hier Frankfurt hat noch ein Spiel. Hertha hat noch ein Spiel. Das bleibt alles verdammt knapp. Aber es ist natürlich alles möglich. Also wir würden gerne wieder europäisch spielen. Und von daher haben wir jetzt gerade so ein bisschen die Kurve gekriegt. Frankfurt ist nämlich unser nächster Gegner auch. Die sind jetzt nicht da, aber die haben ja wie gesagt noch ein Spiel. Schauen wir uns an. Wieder in den sieben Tagen dann gegen Eintracht Frankfurt. Wieder zu Hause. Das wollte ich mit wieder sagen. Gut. Ich sage danke fürs Zuschauen. Auch für die kurze Werbung, die natürlich keine Werbung sein sollte. Ich muss mir das mal anhören. Hoffentlich ist da jetzt nicht irgendwas durchgedrungen. Habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dann habe ich das wieder im Griff. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Aufnahme vom FM23 mit dem VfL Bochum und dem wichtigen 3-0-Sieg gegen Freiburg zu Hause. Wie insgesamt wir gerade in einer ganz guten Verfassung wieder sind, das zeige ich euch gleich noch in meiner Zusammenfassung. Erstmal schauen wir uns an, was nach unseren Spielen noch so stattgefunden hat. Und zwar hat abends noch Leverkusen gegen Köln 3-0 gewonnen. Am Sonntag dann der HSV gegen Frankfurt 0-0 und am Montag das Spiel Hertha gegen Bayern ebenfalls 0-0. Freitag von diesem Spieltag, dann Stuttgart, gewinnt das Abstiegsduell bisher gegen Freiburg mit 2-1. Und wir spielen, wie gesagt, jetzt wieder ein Heimspiel, nämlich gegen Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag. Dann gab es ja noch, wobei, wir gucken uns einmal kurz den Wettbewerb an, die Bayern haben, das hat man uns gar nicht gesagt, aber haben die Meisterschaft natürlich mit dem Unentschieden geschafft. Es gibt noch vier, sind noch zwölf Punkte, ich muss gerade mal nachrechnen, habe mich nicht berechnet, also 74 Punkte, herzlichen Glückwunsch, die Meisterschaft geht wie immer an die Bayern. Der Pokalsieg allerdings dieses Mal definitiv nicht, denn die sind ja schon ausgeschieden. Es gab aber das Halbfinale und zwar hat dort Augsburg überraschenderweise am Elfmeterschießen in Leverkusen gewonnen und ist als Zweitlogist, haben ja auch gegen uns gewonnen, damals im Achtelfinale, im Finale. Der Gegner ist dort, Borussia Dortmund, die gewinnen 2-1 gegen Wolfsburg. Also Dortmund gegen Augsburg, das Pokalfinale, das möchte ich auch noch nachreichen. Und ja, dann gehen wir mal in die Woche hinein. Dort haben wir leider ja zwei gelbe Karten gesehen im letzten Spiel, was immer jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist, aber wenn es dann auch noch zwei Spieler trifft, die dann gesperrt sind, und dann auch noch beide, die im defensiven Mittelfeld zu Hause sind, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Also Retschbeschei und Schulz sind im Spiel gegen Frankfurt gesperrt. Das ist natürlich nicht so ganz so schön. Das ist die erste Nachricht, die ich zu sagen habe. Dann gab es Scoutings. Hier Elias Havel haben wir gescoutet, ist aber dann doch nicht so interessant. Gar nicht so uninteressant ist hier von Alkmaar Yusuf Barasi. Er ist auch Stürmer, pressender Stürmer auch, glaube ich, war es doch. Oder habe ich mich jetzt wieder auch noch verrechnet? Nee, Stoßstürmer war er. Das Aggressivität hat eben nicht so ganz so gut gepasst. Aber insgesamt auch so ganz gute Werte haben wir uns auch mal auf die Liste gesetzt. Mal schauen, was da geht. Er wäre ablösefrei, hat seine Tore gemacht. In William T. In Holland hat er gespielt. Zweite holländische Liga, allerdings 18 Treffer. In der Ehrendivision hat er dann auch fünf Spiele gemacht. Da hier auch noch. Aber da hat er noch kein Tor geschossen. Also von daher, so lala von den Werten, aber wir sind weiter dabei. Das wollte ich euch damit auch sagen. Was war hier noch für ein Scouter? Maximilian Bayer, den scouten wir schon seit längerem. Spielt bei Hoffenheim. Dann hat sich Asano natürlich verdient, in die Elf des Tages genommen zu werden. Auch das ist sehr schön. Aydougou hat sich leider verletzt für drei Wochen aus unserer Jugend. Und dann kommt es noch zu dem Spiel der Juden, glaube ich. Dazwischen war nichts mehr Großartiges. Genau, die U19 gewinnt nämlich hier mal wieder gegen Viktoria Köln. 2 zu 0 ist jetzt 8. Da wie gesagt, ein Spiel gibt es noch. Abrutschen können sie nicht mehr. Können noch auf Platz 7 springen im letzten Spiel, wenn das siegreich ist und Düsseldorf da auch verlieren sollte. Also von daher schauen wir mal, wie das geht oder wie das wird. Ja, wir haben jetzt das Heimspiel gegen Frankfurt. Das hatte ich bereits erwähnt. Wir schauen uns mal an, wie unsere Mannschaft oder unsere Gegner spielt. In einem klassischen 4-2-3-1-System, was viele spielen über die Flügel. Grölda mit 6-9, also viele Vorlagen. Sahuri mit 2-14. Also die Außen, das habe ich auch noch nicht so gesehen, extrem stark. Da müssen wir echt aufpassen. Kamada mit 3-9 und Kolomoyani mit 31 Toren und 4 Vorlagen. Heftig, ne? Da sind 16 von in der Bundesliga, 13 in der Euroleague. Wahnsinn. Das kommen noch 2 im Pokal und 4 in Freundschaftsspielen. Also ein ganz, ganz starker Stürmer. Franschic aber auch noch 10-2, also wo die das alles herholen. 5-3 bei Sont. Dann aber die Außen ja auch 1-2 gassiert. 4-10. Also wahnsinnig starke Mannschaft. Müssen wir mal schauen, wie wir da agieren. Das habe ich so auch noch nicht beackern müssen, sage ich jetzt mal. So eine starke Außenmannschaft, Flügelmannschaft. Offensiv, häufigeres Pressing. Viele Flanken, das werden sie wahrscheinlich haben. Hier, genau. Versuchte Flanken pro Spiel. Die zweitmeisten angekommen sind aber eher im unteren Drittel. Kann man das mal so festsetzen. Ja, und der Rest finde ich jetzt nicht ganz so interessant. Deswegen lasst uns reingehen ins Spiel. 27.507 Zuschauer, fast ausverkauft. Ein paar fehlten noch im Rohstadion, damit das ganz voll ist. Ja, wie gesagt, Förster ist dann die erste Wahl natürlich als Ersatz für Retsch, Belay und Schulz. Stöger natürlich momentan sowieso durch die starken Leistungen ist sowieso gesetzt. Dadurch nehmen wir die jungen Buzini und auch Müller mit, die dann nicht gegen Verl gespielt haben. Ansonsten, Walder, Ribeiro, Janicek, Smolcic ist safe. Stöger hatte ich schon gesagt. Gittens in super Form gerade. Asano auch zweimal getroffen jetzt. Osula und Dietz. Das ist eben noch die große Frage. Baturinha für mich momentan dort auf der rechten Seite auch stärker als irgendein anderer. Ja, was machen wir mit Osula? Trainingsrunde 7,6. Bei Dienst 8,05. Ja, der Smiley sagt, er ist exzellente Moral, während er auch sehr, ne, exzellent auch ist. Also, ja, hier sieht es so ein bisschen frustriert im Verein. Da ist alles zufrieden. Ja, schwierig. Das den Spielern dann zu erklären, also ich habe allen Respekt vor Menschen, die das dann so in den Trainern, in dem Fall, die das dann erklären müssen. Also, ich habe irgendwo vom Gefühl her immer noch, Osula, dass ich dem vertraue, Dietz macht das gut. Wir wechseln hundertprozentig, wenn das Dach in der zweiten Halbzeit, spätestens Anfang der zweiten Halbzeit, weiter so läuft, wie es zuletzt läuft. Aber irgendwann muss er doch knipsen. So, wir werden die Außen auf jeden Fall beide stark angehen. Das sehen wir ja hier. Aber wie gesagt, da waren ja alle anderen auch sehr stark. Franchic, Saw, Garcia hat das sehr stark gemacht. Also, wir müssen uns jetzt echt taktisch überlegen, wie wir das angehen. Es gibt ja die Möglichkeiten, bei den Defensive gibt es das nicht mehr, dass man hier irgendwie das schmäler stellt. Also, man kann hier die Pressing fallen und die gegnerische Flanken verhindern. Das wäre in dem Fall auf jeden Fall mal sinnvoll. Ich nehme das aber mal wieder raus und mache das nur für die nächste Partie. Nicht, dass ich das vergesse, aber das ist sicherlich die effektivste Sache, die wir hier machen müssen. Oder pressen ist natürlich auch extrem wichtig, denen auf die Füße zu stehen, dass sie gar nicht zum Flanken kommen können. Ich würde das aber bei der herbräufiger lassen. Das ist ja auch gut. Deswegen lassen wir das Gegenpressing sowieso drin. Und hier, ich würde tatsächlich mal diszipliniert spielen, aufgrund dessen Stärke. Ich denke, dass das auf jeden Fall auch richtig ist. Die Angriffsbreite, das ist ja nicht an unserer Geschichte. Das können wir jetzt nicht irgendwie auf deren Außenstärke irgendwie beziehen. Also, das ist nicht an unserer Stärke. Ja, gut. Der nächste, der übrigens gelb belastet ist, ist Simon Walde. Da hätten wir aber Stänze. Förster kann das hier auch auf der Position. Hat das ja auch sehr gut gemacht. Beim 3-0 gegen Freiburg hat er den Ball gut erkämpft. Ja. Ich würde es so machen. Wir könnten rein theoretisch hier noch sagen, Position behalten. Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Eben auch, um das Ganze nochmal abzusichern. Lass uns das nochmal machen. Dann müssen wir beim Hinterkopf haben. dass wir da eventuell wieder zurück müssen, wenn es da nicht so gut läuft. Gut. Ab ins nächste Heimspiel. Eintracht Frankfurt ist zu Gast im Ruhrstadion. Tief im Westen, wo die Sonne verstaunt. Ist es besser, wie besser als man glaubt. Tief im Westen. Tief im Westen. Wenn ihr die Leistung aus dem letzten Spiel mitnehmt, dann werden wir uns gut schlagen. Genau das ist das, was ich sagen möchte. Passt sehr gut. Bei Stöger muss ich nochmal sagen, er soll da weitermachen. Und bei Torinja ist der zweite, der noch gelassen ist. Den unterstützen wir mal so. Und Rossoula. Was sagen wir Rossoula? Ich habe weiter Vertrauen. Das sagen wir. Auf geht's. Wir in blau. Die Frankfurter in weiß. Absolut stark geht uns gerade. Das gefällt mir richtig gut. Hat sich da auch festgespielt. Ich hatte das gesagt mit Batista Meier. Schön für den einen, nicht so schön für den anderen. Das ist immer so. Ding hat übrigens der Schiedsrichter. 113 gelbe Karten in 27 Spielen. Kann jetzt jeder ausrechnen, wie viele. 2, so und so. 4 rote. Ecke, 11. Minute, Stöger. Förster versucht es. Aber drüber. Für ihn natürlich auch eine Besonderheit. Spielt man wieder von Anfang an. Sein Vertrag läuft aus. Ich hatte es gesagt. Wir planen dort eine Verjüngung. Kommt aber darauf an, was wir für finanzielle Möglichkeiten haben. Muss man auch erstmal abwarten. Deswegen noch nichts Konkretes. Aufpassen jetzt, dass war aber abseits, oder? Ja. Wird auch gepfiffen. Geht an die Latte. Aber das sah für mich ganz klar aus von der Zeit. Muss man denken, dass Smalltricks haben wir ja schon vom heutigen Gegner ausgeliehen, aber mit einer Kaufverpflichtung von 3,9 Millionen. Insofern ist die Summe schon mal ausgegeben. Oh, geht nicht. Nicht so da rein sprengen. Das ist gefährlich. Wobei das von der Seite her wiederum ganz gut ist. Oh, guck mal. Na ja, die kriegt die Flanken dann wenigstens auch von der Mitte. Habt ihr das gesehen? Jetzt machen wir die Außen vielleicht richtig zu. Und dann haben sie dann so ein Schipflänkchen da von der Mitte gebracht. Stöger, langer Ball. Sehr gut. Asano. Asano wird geblockt. Ecke. Ja, versuchte Asano auch sofort zu schießen. Gute Ablage davon aus Sula. Muss man ja auch mal sehen. Nicht nur an Toren messen die Stürmer. Noa, die kommen ja auch nicht richtig starker Mann. 7 zu 4. Von den Schüssen her. Ich würde die Mannschaft nochmal ermutigen jetzt auch vor der Pause. Macht da weiter. Vielleicht gelingt uns das eine Ding noch. Wer kriegt da gelb? Smolcic. Ja, war es nicht. Weil da war es der, der gesperrt wäre. Ups. Und dann ist Halbzeit. 0 zu 0. Was soll man davon halten? Wir müssen echt gefährlich, auf die gefährlichsten Frankfurter aufpassen. Aber wir wollen natürlich auch unser Spiel spielen. Wir müssen geduldig bleiben. Das würde ich einfach mal sagen. Hängt euch weiter voll rein. Das kommt meistens gut an. In dem Fall auch. Und deswegen, ich würde auch jetzt hier nicht viel ändern. Also ich wüsste nicht, was die Disziplin, ja, wie gesagt, da müssen wir Geduld haben. Wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann ist das gegen starke Frankfurter auch gut. Ob es letztendlich ausreicht für die internationale Qualifikation, ist die andere Sache. Können wir uns nachher immer noch in die Finger beißen, dass wir da nicht mutig genug waren. Aber im Spielverlauf würde ich erstmal dabei bleiben. Zweite Halbzeit, come on. Die Frankfurter spielen auch jeweils 44 Prozent über außen. Das versuchen sie trotzdem. Dann können wir sagen, dass wir es eigentlich gerade ganz gut verhindern. Moani auf Gröl. Wieder Moani und Franschitsch versucht. Aber drüber. Mir wäre gerade, oder es wäre gerade die Geschichte, dass wir vielleicht mal sagen sollten, dass wir hier auch über die Mitte durchaus spielen sollen. Wir müssen ja jetzt nicht hier taktisch sagen, dass wir hier, dass wir Standard spielen. Oder? Na komm, lass uns auch mal versuchen. Aber die beiden hier rauszunehmen, über außen direkt immer zu spielen, wäre eben auch meine Option. Jetzt ist Förster verwandt. Da ist dasselbe wieder. Hier sieht es mit Ursula aus. 6,5. Oh, Batorinia. Ah, schade. Schön von Gittins. Aufpassen wir an den Zegg. Ich wusste, dass das gefährlich werden kann. Das sah auch schon so aus. Kamala greift ihn an. Und er vertändelt den Ball tatsächlich. 70. Minute. Wir bringen jetzt, wie versprochen, die Zwenz nicht so hundertprozentig klappt. Der kommt für Ursula ab. Heute besser, aber trotzdem unauffällig. Philipp Förster, gelb belastet und nur 6,4. Aber die Frage ist wer. Wir haben hier noch Flick, den wir da noch nie gebracht haben. Der das aber auch kann. Und deswegen, ich würde das mal in dem Fall in Erwägung ziehen. Und dann aber auch als Ball erobernd. So wie es ursprünglich auch der Fall ist. Dann bringen wir also Flick und Dietz. Batorinia heute auch. So lala. Was ist mit Dauer? Ich gucke nochmal auf die Positionen vorgeschoben. Der Spielmacher kann er auch. Was bedeutet das für ihn? Das Flair ist ja da. Der Antizipation auch. Ich bringe Dauer für Batorinia auf selber Position. Drei Wechsel. Macht den Unterschied. Wir müssen hier alles raushauen. Wenn wir schon diszipliniert beibleiben, dann müssen wir das jetzt mit frischen Leuten versuchen. Und da kommt Götze übrigens rein. Bei denen in dem Moment. Das müssen wir natürlich auch bearbeiten. Das will ich auch gar nicht wissen, wie viele Tore der noch geschossen hat. Das zahlen wir übrigens auch nur eine 6,3 heute. Ich bringe einmal Raman für Smoltich, der ja auch gelb gesehen hat. Und würde jetzt mal die beiden hier wechseln. Das wäre dann nochmal ein Versuch für die letzten 7 Minuten. Wir werden nochmal ermutigen. Gittens. Geblockt. Schade. Aber auch abseits. Schade. Wie viele Minuten Nachspielzeit gibt es? Ist dieses 0 zu 0 zu wenig? Wir werden es wahrscheinlich am 34. Spieltag wissen. Aber erstmal noch die Chance. Gut von Rivero aufgepasst. Sonst wäre Götze frei gewesen. Ui. Überstanden. So, jetzt nochmal nach vorne. Komm. Gitts, du bist frisch. Mach ihn frisch. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Versuch das doch immer wieder selbst. Auch gute Chance. Jetzt für beide nochmal. 4 Minuten war die Nachspielzeit übrigens. Schon eine knappe Minute wegfallen. Oh, der... Oh. Abseits. Unterkante lande. Ich dachte, was passiert denn da jetzt? So, eine halbe Minute noch. Passt auf, Leute. Passt bitte auf. Ich nehme den Punkt jetzt einfach mal an. Wie gesagt, wenn uns nachher einer fehlt... Nehme ich das aber noch auf mich? Ich meine, es ist ja auch mein Job hier, die Entscheidung zu treffen. Manchmal trifft man Falsche vielleicht, aber... Noch ist es nicht so weit. Und selbst leider nicht getroffen. Obwohl die Dinger da waren. Stöger gut, Gittens wieder gut. Das bleibt dabei. Daul nach Einwechslung ganz vernünftig. 6,6. Aber hier war wenigstens mal ein gefährliches Pässchen dabei. Das für die Kreativität ist er ja auch da. Okay. Ja, ich muss da das letztendlich sagen. Das begeistert die Leute auch. Was ja auch wichtig ist für die weiteren Spiele und die Moral. Hertha gegen Dortmund 1,1. Der HSV unterliegt Regensburg 2,3. Bremen verletzt gegen Mainz 1,3. Und Wolfsburg besiegt Köln 1,0. Wir sind erst mal siebter geblieben. Der Frankfurter haben 48 Punkte. 47 haben wir. Leipzig auch 47. Gladbach, die spielen noch, haben 46. Ja, da wird es jetzt drauf ankommen. Also wir können auf uns gucken. Müssen aber leider auch auf die anderen gucken. Wolfsburg, Bayern und Stuttgart sind unsere nächsten beiden Gegner. Und das hatten wir auch schon angekündigt, dass wir 200.000 zahlen müssen. Wenn Flick noch einen weiteren Einsatz macht. Das ist jetzt passiert. Ist aber halb so wild. Gut, sechs Tage. Dann ist das letzte Heimspiel der Saison. Wie gesagt, ein bisschen komisch gestrickt. Die beiden letzten Spiele haben wir auswärts bei den Bayern und bei Stuttgart. Erst mal jetzt aber die Konzentration auf das Wolfsburg-Spiel. Ich hoffe, ihr seid da mit dabei. Es bleibt spannend. Wir würden gerne international sein. Das sehen wir, glaube ich, alle so. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Und wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.